Hallo, mein Name ist Branimir Geroak von Pavel Hörgeräte und ich möchte Ihnen gemeinsam mit meinem Team zum besseren Hören verhelfen. Woher weiß man denn eigentlich, dass man schlechter hört? Oftmals sind es banale Sachen, wie der Fernseher, der unnötigerweise lauter gestellt werden muss. In Gesellschaft, bei kleinen Familienfeiern, versteht man nicht mehr jeden, man zieht sich zurück und genau da ist der Zeitpunkt etwas zu tun. Hallo, ich heiße Erwin Schmuck und komme aus Pullendorf und bin 79 Jahre alt. Es war in der Form der Gesellschaft, man hatte oftmals die Gespräche nicht mehr so richtig mitgehört. Und vor allem ganz besonders von den Enkelkinder. Die hatten dann immer wieder gesagt, ja, dem Opa muss man lauter reden, er hört schlecht. Von Bekannten habe ich erfahren, dass sie mit Pavel Hörgerät hat und ist seither hell begeistert. Und das war mein Entschluss, einmal einen Hör- und Sprachtest zu machen. Als nächsten Schritt kommt der Kunde dann zu uns, zu einem kostenlosen Hörtest und dann beraten wir, wie es weitergeht. In unserem Akustikraum können Sie dann vergleichen, wie viel es besser ist mit Hörgeräten im Vergleich zu ohne Hörgeräten. Hier haben wir die Möglichkeit, Alltagssituationen akustisch nachzustellen. Und sollte es tatsächlich so sein, dass Sie ein Hörgerät benötigen, kriegen Sie im ersten Termin sofort ein Hörgerät als Testgerät mit. Seit er die Hörgeräte hat, ist er wesentlich lebhafter, nimmt wieder kleine Dinge wahr oder leise Dinge wahr. Wir als Firma Pavel kümmern uns um Ihre Bedürfnisse zum Thema Hörgeräte, Gehörschutz, Hörtherapie und Natural Fitting. Besonders stolz darauf sind wir, dass wir Ihnen das patentierte Anpassverfahren Natural Fitting deutschlandweit anbieten können. Beim Natural Fitting spielen wir Geräusche über das Tablet über einen Lautsprecher ab. Unser Ziel ist dabei, dass Sie nachher alle Geräusche gleich laut wahrnehmen. Dies sorgt im Alltag für Sie für ein natürliches Hören. Moderne Hörgeräte bieten sogar die Möglichkeit, darüber zu telefonieren und Musik zu hören. Das Schönste vom Ganzen ist, dass wir abends mir Fernsehen anschauen, dass ich mit dem Handy dann die Laut- oder die Tonart entsprechend einstellen kann. Nachdem Sie beim Ohrenarzt waren, kümmern wir uns um alles Weitere mit Ihrer Krankenkasse. Service wird bei uns ganz groß geschrieben. Deshalb sind wir auch nach dem Hörgerätekauf Ihr vertrauensvoller Partner, wenn es ums gute Hören geht. Haben wir Ihr Interesse wecken können? Möchten Sie sich auch mal unverbindlich beraten lassen? Dann klicken Sie unten auf den Link, besuchen unsere Homepage, machen einen Termin und wir beraten Sie unverbindlich und kostenlos. Wir von Pavel, vergewählte!